Nein, nein, das ist irgendwie ein Missverständnis, glaube ich. Naja, vielleicht habe ich mich doch geirrt. Ja, ja, ganz bestimmt sogar. Wir sind wirklich gute Freunde geworden im Krankenhaus. Wir hatten ja beide Kuma-Patienten zu versorgen, deshalb... Verstehe. Christian und diese Frau. Ja. Vielleicht ist das ja die Strafe, die ich belogen habe. Ach so, Quatsch. Naja, das ist ja wohl das Mindeste, was ich tun kann, nachdem ich dich gestern so angeblökt habe. Worauf trinken wir? Auf die Liebe. Auf die Liebe.